und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von scs software let's go! Mal gucken ob wir die Zeit in der Folge schaffen, das ist aber eigentlich locker ach die Brücke, da waren wir ja letztens noch 130 meilen, so aber zuallererst die Musik oi, da wird ja wir jetzt auch gerne Bis zum nächsten Mal. 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 Bye. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Gut. Okay, das habe ich mir schwieriger vorgestellt. Ach nee, stimmt, das war ja das erste Mal, wo wir langgefahren sind, weil ich da gerade ausweiter fahren wollte. Das war das Problem. Alter, ein Auf und Ab hier. Ja! Fahr doch! Los! Das Gebiet sieht eins zu eins genauso aus wie das, wo wir losgefahren sind. Also wirklich einfach eins zu eins der gleiche Block. Da hättest du immer ein bisschen mehr Varietät einbringen können. Oh, auf der Zeichnet kriegen wir jetzt wieder richtig krass XP. Ja, für die ganze Zeit geht es eigentlich voll. Also mehr als normal XP haben wir auf jeden Fall bekommen. So, dann muss ich mal sagen, fahren wir nochmal schnell zu einer Garage oder so. Wo überhaupt, ey. Irgendwo, wo wir pennen können. Hier zum Beispiel. Irgendwo, wo wir pennen können. So. Oh, okay. Here we go. I don't know what you call it. Okay, let's find a new route. Okay. Okay, so let's go. Get ready to be with right now. Wie schön die Hänger leuchten im Rückspiegel, ey, mit diesen ganzen schönen Partystreifen hier, sieht schon cool aus, macht schon fun. Ich sehe da jetzt kommt da jemand. Oh, wir können ja bei solchen nächsten Kredit zurückzahlen. Loll. Gut, das heißt, wenn wir gepennt haben, können wir den nächsten Kredit auch schon zurückzahlen. Äh, können wir fast noch, ey, wow. Vor wieviel Folgen haben wir den Obliga gekauft? Vor, weiß nicht, fünf Folgen oder so? Ja, mit fünf Folgen, 500.000 Dollar gemacht. Also gut, oft gesagt eher unsere Mitarbeiter als wir, aber das sind Details. Ich meine, wir als Firma haben hat es 500.000 gemacht. Keep right. And then continue straight on. Go straight on. Ich meine, wir haben auch relativ viele Schlafzyklen gehabt. Wir haben einmal, dreimal hintereinander geschlafen. Da hat sich ja auch schon alle noch 100.000 Euro gecheckt, natürlich. Ist schon geil. Hier. Guck mal, können wir jetzt wirklich noch eine neue Garage holen, jetzt so. Eine gute 10 Minuten haben wir noch. Schauen wir mal locker. Müssen wir nur überlegen, wo wir die Garage holen. Das ist geil. Holy shit. Deshalb ich mich. 맞아. deployed wenigacy Zeit. kurz weiter. Oh, g2016. Ja, komm zusammen! khi. Buddha раскrufen. Versuch dein Umfeld. Ich deckt dir deine Übersicht. Und dann komm dich zur Führung Yepen einmal. voll geiles lied achtung laut voll geiles lied voll geiles Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sieht so alles recht häcklich aus. Was zeige ich hier? Der soll doch von der Grundform her schon richtig gut aus. Nehmen wir den einfach mal als Vorbild. Mal gucken, was wir hier noch haben. 6x4 ist voll in Ordnung. 6x PS, ja, let's go. 13 Gänge. Und Vitada ist auch voll in Ordnung. Sliber gewinnt er auch schon. Ich glaube die schwarzen Sitze sind ganz gut. Die Lackierung können wir auch. Necro sieht besser aus. Oder schwarz. Ich kann mich nicht entscheiden. Der passt halt bei uns nicht so ins Konzept. Ne. Ich meine alle andere Ergebnisse die wir haben. Alle anderen. die sind halt zu den Mikro-Skin. Da passt halt optisch echt kaum was dazu. Oh ne, die haben wir gar nicht. Der blau. Was ist denn da passiert? Das sind die Mikro-Skin nicht oder was? Tatsächlich. Loll. Zurück an der Match halt. Gut. Aber dann wissen wir, dass wir in welche Richtung wir gehen könnten. Weil ne blau ist auch so ne schöne Farbe. Die passt relativ gut. Und die fällt nicht so langweilig wie grau. Ja. Nein. Die Effektoption. Äh, können wir hin. So. Schauen wir mal an. Oh, weil das ja schon ertönen. Ja, eher das. Dann doch eher das hier. So. Was könnte man hier noch? Äh. Äh. So. So. Schauen wir mal an. Ja. Ich bin da persönlich eher immer so Heavy-Duty. So. Mhm, mhm. So, hier ist schon eine relativ gute Auswahl getroffen. Frontspieler könnte man noch nehmen. Ja, doch. Auf jeden Fall. So. Die Dinger müssen sein. Das ist einfach Pflicht. Hier vorne nix. Da auch nix. Da auch nix. Da auch nix. Ich glaube, ich würde sogar das bevorzugen. Erstens ragt das nicht so extrem ins Sichtfeld rein. Zweitens ist mit dem blauen etwas dezenter. Ja. So. Ja. So. Was haben wir denn hier? 300 Kalonen? Sieht gut aus. Oder hier covenant. Ja. 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 Das ist natürlich auch nicht. Ja, das ist toll. Ja, ich bin ja voll ja. Ja, das ist ja nicht. so warum gibt es nicht einfach mitarbeiterhändler oder sklavenhändler und was und der einfach alles mit händler bezeichnen lkw auflegerhändler garagenhändler sklavenhändler es wäre doch so naheliegend so was nehmen wir was haben wir also ich muss noch wieder gucken wie der frauenquote schwierig wir haben zu viele also wir haben 20 personen insgesamt wie viele frauen haben wir denn eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn genau hälfte ist doch gut dann können wir komplett nach bewertung gehen es ist also völlig egal ob wir jetzt einen Mann oder eine frau holen so was hat die gute bewertung oh hier zweimal fernfahrt ich glaube ich nehme die mit handkuss das sieht schon mal sehr verlockend aus auf jeden fall ja ich glaube die nehme ich na ran geräte gehe welcome in my team heilig geiles lied ey nice cool ja ja ich bin in dieser wie ja du ja wie du war ich ja 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 du Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, hier ist hier mal gut, mit in den Bäumen, aber schon am Rand, schon gerade gezogen, easy Eigentlich kann man immer wieder richtig speichern, aber das ist schon lange klein gemacht Ungefähr so, auf Auge ist der mit Spielstand 2 Genau, wunderschönes Bild So, nochmal Quick Save Ja schon, dann würde ich mal sagen, soll es das damit auch erstmal gewesen sein Und, ähm, als nächstes kommt dann wahrscheinlich erstmal wieder mein Test dran Und, ähm, so, damit war es das dann erstmal für ATS Ja, gut, also von daher Bis zur nächsten Folge Und was wir in ATS das nächste Mal machen Ich mein, wir können entweder mit dem Auflieger, den wir jetzt haben Noch ein paar Runden, ein paar Missionen fahren Vor allem müssen wir natürlich erstmal Geld verdienen Um unsere neue Garage, äh, erstmal aufzurüsten Auf eine 5er Garage Und noch 4 weitere LKWs zu holen Plus 4 Mitarbeiter Äh, das heißt also erstmal, ist wieder klassisch Geld verdient dran Ne, ne Wobei es ja Ratzfatzki, wie man gesehen hat Ähm Ja, wie gesagt, das können wir zum einen mit dem 3-fach Auflieger machen Den wir jetzt schon haben Oder aber Mit dem anderen, mit dem 2-fach Flach Auflieger Also den vorletzten in der Liste Den zweiten von unten Ähm Dass wir den auch mal einweihen Boah Gucken wir mal Auf jeden Fall Bis dann